Wir haben da Kükenpapier vorbereitet für die Hühner. Das ist nichts anderes als Papier, was unter dem Wasser hingehängt wird und darauf wird mit der Hand Futter hingestrahlt. Wir haben Wasser und Futter gleich sofort zusammen, bis es einmal lernen, wo ist das Wasser, wo ist das Futter. In dieser Phase haben sie einfach alles sofort zur Verfügung. Also sie stehen auf dem Futter und trinken am Ober.